Haben Sie ganz klare Vorstellungen, oder? Das würde jetzt länger dauern, wenn Sie mir die merken. Machen Sie das im Job genauso. Bisschen durchprobieren. Bisschen durchprobieren, das möchte ich jetzt nicht gehört haben. Vom Außen her. Das Wort. Wenn Sie meinen, dass die Lena das super malen wird, dann schauen Sie bitte weg, weil wir den Begriff jetzt einblenden und wieder ausblenden. Lena, sie wirkt gefasst. Ja, schafft sie. Ihr wisst sie, eine Minute, 40 Punkte, ich halte euch ganz fest die Daumen. Müsst aber gehen, oder? Ja, macht sie. Gut. Wolken. Äh. Vogel. Huhn. Vogel-Kot. Vogel-Ei. Äh. Also jetzt muss ich mir den Begriff noch einmal anschauen. Es verwirrt mich. Storch. Äh-Strauss. Äh-Straussenei. Haben Sie das eh gut gelesen? Ja. Ja. Okay, gut. Wollte nur Fragen, ne? Was ist das? Äh-Äh-Hühnchen? Äh . Äh-Eih-Eih-Eih. Einelst? Vogelrest? Schaf. Schaf. Äh-Schaf. Ein Schaf, ein Holzschaf, zwei Schafe, Schäfe, Schäfe, ein Schäfe, ein Schäfe, ein Schäfe, ein Schäfe, ein Schäfe, ein Schäfe, ich bin ganz, ich bin so verwirrt, wirklich, wieso? Ein Schaf. Ein Schaf. Eiskaffee? Komisch jetzt aber. Ich hab ein Schafelkli. Ich hab sie eh nochmal gezeigt. Oh Gott. Das nehm ich mir jetzt mit, weil das hebe ich mir auf. Das hebe ich mir jetzt auf. Nein, wir waren überhause nicht nur unterwegs. Lena, 120 Punkte, Sie konnten sich das leisten. Oh, Lena. Bitte, wo wollen Sie jetzt weiter tun? Also, Lena. Weiter geht's. Lena.